Musik So, herzlich willkommen zu MLTV, das Automagazin. Die erste Ausgabe im Jahr 2015, passend zum Frühlingsbeginn Salzburger Automesse. Unser Experte Ewald Rothschopf von Autohoch 4 hat schon einen kleinen Rundgang hinter sich gebracht. Ewald, was erwarten denn unsere Zuschauer heute? Ja, erst einmal hallo, grüß Gott beisammen. Es gibt einige Österreich-Premieren und von Kleinwagen bis zum Elektrofahrzeug, bis zum Hybridfahrzeug, von Sportwagen, Familienfahrzeuge, die werden wir uns einmal in Ruhe anschauen und dann werden wir darüber berichten. Eine ausgezeichnete Idee, meine Damen und Herren, folgen Sie uns. Gesagt, getan und so verschafften sich auch zahlreiche Medienvertreter einen Überblick über das umfangreiche Angebot. 40 Automarken und rund 600 Fahrzeuge gab es zu bestaunen, darunter etliche Österreich- bzw. Salzburg-Premieren. Musik Zum ersten Mal mit dabei, Sportcar Schuster, der offizielle Partner exklusiver Marken wie Ferrari und Maserati. Musik Immer breiteren Raum nimmt auch das Angebot an alternativ betriebenen Fahrzeugen, wie zum Beispiel die Elektromobilität ein, die Sie auch später noch sehen können. Die Modell- und Markenvielfalt kann sich auf jeden Fall sehen lassen, denn vom kleinen City-Flitzer über den Hybrid-Van bis hin zum Sportwagen und der Luxus-Limousine ist alles vertreten und lädt zum Probesitzen und Fachsimplein. Musik Aber schauen Sie sich am besten selbst ein wenig um und holen Sie sich Ihre Frühlingsgefühle in Sachen automobile Fortbewegungsmöglichkeiten. Viel Spaß dabei und vielen Dank für Ihren Besuch auf MLTV, das Automagazin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020